Wir haben es gestern Abend erst gemerkt bei dem Angriff auf, bei der Explosion am Krankenhaus in Gaza. Propaganda und der Kampf um Informationen und die Wahrheit spielt eine immense Rolle im Krieg gegen Israel. Und in einem noch nie dagewesenen Ausmaß nutzen die Hamas-Terroristen auch soziale Netzwerke, um Angst und Schrecken weltweit zu verbreiten. Sie filmen, wie sie vergewaltigen, verschleppen und töten. Es ist eine ganz neue Dimension des Terrors. Das Leid und der Schmerz der Opfer der Hamas-Terroristen ist unvorstellbar und trotzdem hat man es genau vor Augen. Denn die radikal-islamischen Barbaren filmen ihre Taten. Es ist eine noch nie dagewesene Form des Social-Media-Terrorismus. Mütter, die Textnachrichten ihrer entführten Kinder bekommen oder gar Videos ihrer Ermordung. Und das alles mit einem Ziel. Das Leid der Menschen so sehr wie möglich zu vergrößern. Es gehört mit zur Kriegführung dazu, dass man versucht, den Gegner zu demoralisieren, dass man versucht, die Bevölkerung des angenommenen Gegners zu beeinflussen durch psychologische Operationen, um den Willen zu brechen. Um auch den Rückhalt zum Beispiel für die eigene Armee zu brechen. Und das geschieht auf vielerlei Arten und Weisen. Das machen Kriegsparteien immer. Und das macht die Hamas ja auch natürlich sehr, sehr geschickt, indem sie ganz, ganz bewusst mit erwartbaren Emotionen von westlich geprägten Gesellschaften spielt. Also mit dem Schicksal von Einzelpersonen zum Beispiel und ganz bewusst hier diese, sag ich mal, Filme auch abfährt. Und das völlig unkontrolliert, denn Plattformen wie X oder Facebook kommen kaum hinterher. Es scheint eine nicht endende Anzahl an Hamas-Profilen zu geben, die die Videos verbreiten. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat mittlerweile einen Krisenstab eingerichtet und nach eigenen Angaben hunderttausende Inhalte gelöscht. Und auch X, ehemals Twitter, erklärt man habe zehntausende Beiträge sowie hunderte Konten entfernt. Doch der Horror ist trotzdem noch überall abrufbar. Elternvertretungen in Israel rufen deshalb dazu auf, Social-Media-Apps von den Geräten der Kinder zu löschen. Nicht zuletzt, weil noch immer 199 Geisen in den Händen der Terroristen sind. Die Hamas hatte angekündigt, die Entführten zu töten, sollte es weitere Angriffe auf den Gaza-Streifen geben. Auch diese Gräueltaten würden sie dann filmen und öffentlich machen. Doch genau die Geiseln und die für die Familien kaum zu ertragene Ungewissheit sorgt auch dafür, dass viele jedes Foto oder jedes Video ganz genau anschauen. Es ist aktuell ihre einzige Hoffnung auf ein Lebenszeichen ihrer Liebsten. Unter den insgesamt knapp 200 Geiseln der Hamas werden nach Angaben des Auswärtigen Amtes derzeit auch acht Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft vermutet. Kontakt zu den Geiseln gab es bislang nicht. Auch die Angehörigen der Geiseln baten um die internationale Hilfe. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen schnell handeln, so die Mutter einer mutmaßlichen Geisel bei einer auf YouTube übertragenen Pressekonferenz. Bundeskanzler Scholz müsse sich für die Freilassung der Menschen einsetzen. Sie müssten rausgeholt werden, so der Vater und Ehemann einer entführten Familie. Und bei mir im Studio ist jetzt Ricarda Luke. Sie sind Mutter der verschleppten Shani Luke. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Dankeschön, dass Sie hier bei uns sind und mit uns sprechen in dieser Situation, die wir alle, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Ja, danke. Sie haben gestern eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben und auch von Ihrem Gespräch mit dem Bundeskanzler berichtet. Hat sich denn seitdem etwas gegeben? Gibt es neue Entwicklungen? Nein, es gibt nicht Neues. Also das ist noch ein bisschen zu neu. Das war erst gestern Abend und wir sind jetzt direkt heute nach Berlin geflogen. Und wir treffen uns auch morgen noch mit einigen Politikern und am Bundestag und Medien. Und wir versuchen eben so viel Druck wie möglich zu machen, dass wir also wirklich Taten sehen und Maßnahmen. Weil die Zeit zu knapp wird. Also so länger die Geiseln dort festgehalten werden, umso geringer sind die Chancen, das in Ordnung zurückzukommen. Also wir haben ältere Leute, kleine Kinder. Meine Tochter ist wahrscheinlich schwer verletzt. Und so länger man wartet, umso schlimmer wird es. Also wir brauchen wirklich Taten und nicht nur Gespräche. Sie sagen, Sie erfordern Taten. Was genau könnte helfen oder was könnte etwas bringen? Sind das Verhandlungen mit den Hamas? Verhandlungen? Also ich meine, dass in Deutschland doch viel bessere Möglichkeiten hat mit Gesprächspartnern als Israel im Moment. Sie haben bessere Verbindungen, sie haben sehr starke Kraft. Und zusammen mit Amerika und anderen Staaten, wo Geiseln haben, dass die mehr Druck auf die Vermittlerländer, sagen wir mal so, und dann was erreichen können. Und die ersten Maßnahmen wären wirklich, dass wir sehen, wie es den Geiseln geht. Wer ist am Leben, wer ist nicht am Leben, in welcher Verfassung. Das wäre schon mal der erste Schritt. Also bevor man es entlässt, dass man wenigstens ein Lebenszeichen bekommt. Gerade hat auch US-Präsident Joe Biden gesprochen. Er war ja heute in Israel und er hat gesagt, an die amerikanischen Angehörigen von US-Staatsbürgern gerichtet, von Verschleppten, seien Sie sicher, wir ergreifen alle Maßnahmen, wir tun alles und es werden auch Maßnahmen übergriffen. Die Details kann ich in der Öffentlichkeit nicht nennen. Und das lässt ja auch darauf deuten, dass da im Hintergrund Gespräche laufen. Diplomatische Bemühungen. Macht Ihnen so ein Statement vom US-Präsidenten Hoffnung? Ja, ich bin mir sicher, dass auch in Israel, auch mit Amerika, auch mit Deutschland, dass die Gespräche führen und Verhandlungen stattfinden irgendwo. Und wir drängen eben auf die Zeit. Also das ist uns eben wichtig. Also es macht uns Hoffnung, dass die ganze Welt hinter uns steht. Das ist toll und es war sehr gut auch, dass sie nach Israel kommen, also Biden und Scholz und die Außenministerien und sich das selber anschauen mit eigenen Augen. Und von Leuten direkt Betroffenen das auch hören. Also es sind keine erfundenen Geschichten, das sind echte, tragische Fälle. Und wenn man das mit eigenen Augen sieht, dann sieht man auch den Umfang von dem Massaker, was da passiert ist. Und das hoffen wir eben, dass es wirklich auch die ganze Welt mitkriegt und sieht, was für ein Terrorakt das ist. Also es hat nichts mehr mit Landbefreiung zu tun. Das ist purer Terror. Und das muss man stoppen. Absolut. Seit dem 7. Oktober ist ja Ihre Tochter vermisst, verschleppt von den Hamas in dieser Zeit. Wie hat sich da auch die deutsche Bundesregierung, deutsche Diplomaten um sie gekümmert? Also hat man Ihre Sorgen, Ihre Wünsche sofort ernst genommen oder war das erstmal ein Kampf, bis man überhaupt den Kontakt bekommt? Also bei mir ging es relativ schnell. Wir haben am gleichen Tag den Kontakt mit der Botschaft aufgenommen und man hat uns eine Kontaktperson direkt zur Verfügung gestellt, weil wir eben auch das Video hatten, wo wir wirklich, das ist nicht nur eine Vermisste, sondern sie ist schon im Gazastreifen. Also das konnte man also direkt erkennen. Und die haben es dann schon gleich ernst genommen, aber irgendwie kommt halt nie Information zurück. Also man fragt immer nach, man gibt immer Meldungen weiter, okay, die Kreditkarte ist hier benutzt worden, schaut da mal nach, schaut da mal nach. Aber man kommt irgendwie nie sowas zurück. Also einerseits kann man es verstehen, weil wirklich viele Sachen im Hintergrund passieren, wo man nicht veröffentlichen kann, vielleicht an die Familien. Aber das macht einen total frustriert, wenn man überhaupt nichts zurückbekommt und man ist total blind. Also das ist das Schwierige. Absolut nachvollziehbar. Das heißt, Sie als Mutter bekommen nicht mehr Informationen von der Deutschen Botschaft als jetzt wir als Öffentlichkeit und als Presse? Ja, genau. Auch von Israel. Das ist genau das Gleiche. Also wir geben immer alle Nachrichten, wo wir finden könnten, Videos, irgendwas, was wir mitkriegen. Teilen wir den israelischen Behörden und den deutschen Behörden gleich mit. Aber es kommt nie was zurück. Und Sie haben sich ja auch, Sie hatten die Möglichkeit, sich wenigstens auszutauschen mit Angehörigen von anderen Geiseln, anderen Verschleppten. Ich habe gerade schon über die Pressekonferenz geredet. Und ist das so ein kleiner, minimaler Trost oder hilft das einem in dieser Zeit, sich mit Leuten auszutauschen oder mit Leuten zusammen zu sein, die das gleiche Schicksal, das gleiche Ziel haben? Ja, es hilft sicher was. Also im ganzen Land, also es sind nicht nur die deutschen Geiseln, sondern auch in Israel Nachbarn und Verwandte und Freunde. Jeder hat so ein Schicksal zu erzählen. Also wir haben Beerdigungen jeden zweiten Tag. Also es ist überall, also alle sind betroffen. Also in jedem Freundeskreis sind so tragische Schicksale passiert. Und es hilft schon, wenn man also viele Freunde hat. Und jetzt auch die deutsche Gruppe teilen wir also unsere Erfahrungen und das hilft. Also ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Ricarda-Luke, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier gewesen sind. Wir können das alle nicht nachvollziehen, diesen Schmerz. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste, ja, wie alle hoffen. Und ja, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke auch. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Ja, danke schön.